So, zurück bei Plug&J, wieder Dienstag am Start. Ich bin jetzt endlich in den Series angekommen und habe mir einen kräftigen Duo-Lane-Partner sozusagen mitgeholt. Den kennt ihr vielleicht auch schon, den King bzw. Till. Hallo. Der hat ja schon einige Lull-Spiele auch bei uns mitgemacht. Und das ist einfach sicherer, wenn man halt wenigstens einen kennt und der halt ein bisschen was drauf hat. Das reicht auf jeden Fall schon. Und dann hoffen wir mal, dass das klappt. So. Jetzt bin ich leider nicht mehr Rise, wie ich letzte Woche war. Hast du Rise gespielt? Yep. Rise war sehr geil. Rise ging richtig gut ab. Alles weggemuscht. Also, du hast ja keine Cooldown. Naja, hast halt alles weggemuscht. I need one early Gank, please. Was sind das denn für Mongos? Guck mal, wo ich dir angefangen habe. Wer denn? Der... Kasser. Naja, ich kenne Kasser, den ich... Wie fängt man denn damit an? Ich habe ehrlich gesagt, ey, gar keine Ahnung. Ja, die spielen an sich auch nicht. Aber ist halt die Frage, ob man sich mit dem Ward anfängt und Mana-Reck. Ja, ich habe mit Rise, habe ich mit dem Ward, ähm, einer Flask und, äh, dem Heiltränken angefangen. Das geht eigentlich ganz gut dann. Ja, ich fange mal mit Lobin-Kristall an. Mit dem Mana. Oh, hoch. Yeah, vier Gold geklaut. Bam. Besseren Farmer als du, Lulub. Ja. Lass, wo ist der denn? Trunnel wird auch richtig oft zur Zeit gespielt in Rankeds, ähm. Ja, der ist eigentlich ziemlich stark im Klaren. Also, Problem ist halt, ich finde das ein, einer der schwersten Champs an sich. Alle anderen sind eigentlich ziemlich einfach. Ich habe keine Ahnung. Ich habe den erst viel zu selten gespielt. Soll ich aggressiv sein oder nicht? Also willst du mich aggressiv sein? Er ist ab Level 2. Ab Le... Loll. Wir warten mal ab, wie die spielen. Ab Level 2 kann ich meinetwegen sehr aggressiv gehen, wenn du willst. Also, dann kann ich halt ja springen und stunnen. Wie du willst, auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, in meinem Abwarten, wie die spielen. Aber es wird auf jeden Fall hart für mich, weil ich Smartcasts zum ersten Mal jetzt auf Leona habe. Ich weiß noch nicht, was für Fails da zustande kommen werden. Bin gespannt. So, jetzt bin ich Level 2. Warum bist du nicht Level 2? Du hast den einen Wolf geklaut. Ach ja. Der Trandal kommt. Ist aber gewartet. Aber jetzt bin ich auf Level 2. Bist du bereit? Oh. Immer. Alter, das hat mir ganz schön viel Schaden gemacht. Fick die Henne, ey. Muss mal wieder regnen. Das war ein bisschen uncool. Alter, Lulu ist ganz schön aggressiv, die kleine Bitch. Irgendjemand Teleport dabei? Nee. Gar keiner. Oh, was geht in deiner Mitte jetzt ab? Nice one. Oh, fuck. Ja. Jetzt wird lustig. Bisschen. Ja, haben sie gut gemacht. Vorsicht, Pfeil. Yes, sir. Ich bin Lulu. Blöde Schnäpfe. Pass auf den Pfeil auf. Ich hab Barriere noch. Mhm. Hat der auch. Ich hab auch noch Exhaust. Na gut. Hm. Lulu hat leider ein Biscuit viel Leben. Jetzt ein Gang wäre geil. Ja, für den Gegner wahrscheinlich, ja. Was? Pfeil, Pfeil, Pfeil. Noch steh ich hier. Und jetzt nicht weg. Ja, was mach ich denn? Hm. Ich muss, glaub ich, noch ein bisschen warten. Ja, ganz kurz. Obwohl, ich ändere eigentlich auch nix da dran. Ja, zumindest nicht viel. Guck mal, eben so lange die anderen sind. Ah, der hätte ich ihn fast gekriegt. So, jetzt geh ich back. Oh, Top, dann könnte das auch im Kill kommen. Oder auch nicht. Guck mal, was wir uns mal an. Never. Ja. Ja, Trunnel hat Jace und sich selber ausgesperrt. Sehr gut. Oh, da kriegt der Jace noch einen dicken Pfeil ab. Okay. Lulu back. Wird wahrscheinlich Varus genauso abgehauen sein. Wahrscheinlich. Boah, der hat schon 40 Farben. Leckt mich am Arsch. Hm. Ah, sehr schön. Nice. Ah, Trunnel macht auf jeden Fall gerade ganz gutes Game. Ja, der Bodlane wird er nicht viel machen können, weil alles gewordet ist. Ja. Bodlane wird er nicht viel machen können. Ich weiß, dass er den Kha'Zix geben sehr gut auf die Fresse. Stay at the Vanguard. Hallo, Lulu. Ja, komm. Oh Gott. Leute, wo habe ich denn da hingedrückt? Irgendwo uns nichts. Hm. Das war ja mega schlecht. Nice. Schön ein paar Hits auf den drauf. Ja. Die dürfen sich so in die Enge treiben lassen. Naja. Deswegen, ich werde jetzt einfach aggressiver gehen. Ich werde mich auch gerade. Deswegen spiele ich dann doch Blue Ass. Wegen meinem Coo. Echt? Ja, ich werde. Schön. Renn, 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 renn. Ja. Hol. Fuck you. Bitch. Lass mal Schuhe holen, ne? Naja, kein Bock nochmal drauf, erwischt zu werden. Ja, lass mal Schuhe holen. Oh, ich habe gleich Ulti. Und wahrscheinlich vor dem. Wenn der Mauer kann er sich verpisst, dann hole ich mir den. Oh, cool. Der Kha'Zix ist auch noch da. Nett, nett. Kann man es erst? Nee. Keine Ahnung. Der kam nicht. Ja, super. Ja, lass den Tower. Scheiß drauf, bevor du verreckst. Ich deite mich nicht. Sicher? Ich habe Barriere. Ja, pff. Und ich habe meinen eh noch. Dann deite mich nicht. Na gut. Dann überlebst. Ich habe Flash, Barriere und dann. Wo gehen jetzt Blue Clown? Hammer geil, die haben gerade zweimal Wards gesetzt. Oder was? Nee. So, du bist Level 6, ne? Ja. Jetzt hat er natürlich seinen Chef-Stun-Ulti. Hm. Not that. Oh! Nein, fuck. Oh nein! Trundle. Hilf mir! Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Lulu, zwei Kills haben wir geil. Oh ja. Jetzt raute sie sich nicht mehr, um hier zu machen. Aber Kassadin kommt. Hat sie schon Ulti? Ja, der kann schon teleportieren. Boah, ohne Spaß. Ohne Spaß. Ohne Spaß. Lulu, gib uns dick auf die Fresse. Hm. Die macht das echt richtig gut. Leider. Ach, ich hatte Gott auch Tränke, die habe ich vergessen anzusetzen. Dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö-dö. Junge, das ist meine Series. Steine dich an. Ja. Guck dir den Jace an. Der kriegt jeden Speer rein. Mit jedem meine ich jeden. Und das war's. Ja, und das war's. 0-3 Jace haben wir schon. Hammergeil. Oh, Mann, ey. Ja, dann zieht er in der nächsten Woche Dingens mit. Ne 2-Q mit Eclipse oder mit Manele. Nichts gegen dich, gegen Manele. Ja, und fertig, der für diesen Jace, ne? Ja, ja. Oh, hi. Lulu, OP. Oh, die schon hat. Die hat schon den scheiß Sidestorm. Bezweig killed. Er hat kein... kein... pink Wort. Oh, Gott, die Hölle. Warte, ich plante mal eben in den... Obwohl, muss ich eigentlich in den River, ne? Denk mal nicht, dass die aus deren Jungle kommen werden. Oh, schau. Oh, shit. Okay, nice. Es gab Geld. Gott, ja, in der Tat. Und wenn er jetzt noch mal kommen will und so dumm ist... Ich hab Barrieren noch nicht gleich. Aber ich hab... Soll man nicht back gehen? Ich hab gerade Geld. Können die Sidestorm kaufen? Wir warten noch. Okay. Soll ich drauf? Hallo? Naja, 10 Sekunden Barriere. Aber doch, wir gehen jetzt gleich weg. In... Sehr gut. Der schießt. Das war schön. Dann verlieren wir wenigstens nicht die... Jetzt hab ich leider kein... Jetzt hab ich leider kein Lila mehr. Kein Pink Wort mehr. Naja, Lulu auch nicht. Ich hab auch kein Gold. Du hast einen. Ja, ich hab ihn gekauft. Das ist gut. Oh, der Jace kriegt einen Double Buff. Oder kriegt der ihn? Nein, der kriegt die nicht. Schießt doch, Ulti. Jawohl. Äh, Ulti. Der Ulti war richtig. Dann wird er ja... Oh, fuck, ey. Das wird eng. Aber der wird gleich sterben. Das wird eng mit unserem Tower. Auch du Scheiße. Warum geh ich da rein? Nicht dumme Nuss. Hilfe. Super, Markerot. Äh, blöd, dass der Maokai dann blöderweise da war, aber Kassa kommt. Den Dreck machen. Go, go. Jungs. Machen sie nicht. Okay. Aber komisch. Oh, irgendwo sind sie hier. Da drin? Da ist der Maokai. Ach, du Scheiße. Ja, das war's. Alter, vier Bot. Das ist natürlich jetzt ein bisschen behindert gewesen. Na, minimal. Na, dass der von da oben rauskommt. Da ist ja keiner irgendwie erwartet. Wir hätten den Kill gekriegt. Weißt du das? Da kann ich ja selber nachgucken. Äh, Killer. Na toll, Katzix. Ah. Also, bei dem. Kassa dienen. Blue. Ach du Scheiße. Was macht denn jetzt der... Was macht denn der Trundle da unten? Oder raus geht weg, okay. Alles easy. Jetzt können wir eigentlich einen Drachen machen. Das stimmt. Scheiße, es kommt Maokai. Oh, gut, dass ich mich nicht rübergezogen habe. Gut, dass ich mich nicht rübergezogen habe. Sonst wäre es das gewesen mit mir. Oder wir. Oh Gott. Hammergeil. Ach du Scheiße. Bin da ein bisschen dumm gelaufen. Peng. Schön. Welchen habe ich denn jetzt? Noch einen. Du bleibst hier. LOL. Oh mein Gott. Und ich kriege den mit einer Auto-Attack. Wollt ihr mich verarschen? Wo ist der hin? Der ist unten lang, unten lang. Der hat sich geflasht. Der hat sich nach unten. Nein, der ist von hier, hier rüber geflasht. Dann zum Tower. Wieso gehen die denn da nicht dahin? Weil wir nicht diven können. Der hat fünf, sechs noch leben. Ja, komm. Ja, okay. Schön, ich habe drüber. Und da wird. Oder will der andere jetzt auf Bulwark gehen? Glaube ich nicht. Ne, ich denke, das werden die Ninja-Tubbies. Das ist aber nicht so schön. Er hat eine gefiedelte Nidalee ist doch total angenehm zu besiegen. Das wäre nicht eine AP oder eine AD? Hybrid. Please stop it. Guck mal, das ist ein Wort. Laba. 25 Gold. Laba. Machen die denn da? Wie sie jetzt direkt runterrennen, um mich zu holen. Oh, ich bin leider zu langsam. Dödöm. Nicht drauf. Da sind vier. Genau die. Kammer, geil. Scheiße. Cool, ich habe auch mal keinen vorbei. Oh, ich habe mich gerade, glaube ich, gefailflasht. Aber hat doch geklappt. Oh, schön. Drei zu eins. War doch in Ordnung. So schlecht ist das Gäntern doch nicht. Nee, ist es auch nicht. Die macht aber schon Schaden mit ihren Speiern. Der war South Range. Schön. 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 Schön, Jace. Oh, Gott. Also, ich gehe da noch nicht. Oh. Ich gehe weg. Na, sicher ist sicher. Alter. Muss das sein? Hat die denn? 50 AP. 2000 Leben. Tja. Oh, schön. Tau dann. Wer denn? Ach da, Mitte. Äh, top. Oh, oh. Keine Minions mehr. Keine Welt. Kein Fangen jetzt, bitte. Danke. Sehr gut. Ja. Oh. Oh. Oh Gott, diese Doppelfeile sind schon nicht ungefährlich. Oh, aber macht der Trundle denn da immer? Der hat ja Spaß. Der hat Spaß an den Button. Der müsste gleich noch weniger, ne? Kannst du den Blöckleuchten nicht tun. Ey, komm, die sind alle lowlife. Nice. Na, ist gut, wenn der Jace auch ein paar Kills kriegt. Warum? Kommt der denn da? Warum macht er das? Mit zwei Balken springt er in den Scheiß Tower. Der kann das. Hm. Der kann gar nichts. Doch, er kann das helfen. Na, super. Ich auch. Oh, Trundle, das wirst du verlieren. Hälfte mal. Hälfte mal. Unten. Scheiße. Fuck it. Schön. Richtig gut. Nice. Hat sogar noch Geld gebracht, 400. Ja, das gibt eine Menge Geld. Die ist ja gut. Oh, da kommt der Nächster. Jetzt geh ich aber back. Jetzt. Du hast bestimmt nicht wenig Kneter. Ich? Nein, ich will nicht. Oh, der braucht Hilfe. Hat er seine Hilfe. So, 2500 Gold. Kann man mit leben, ne? Ja. Auf jeden Fall. Jawohl, ich hab ja einen Blue Buff. Ach, noch angenehmer. Ich hab den von Kasadin. Lol. Oh, was der einen Schaden frisst. Der Kasadin. Äh, ja doch, er ist in der Kasadin. Kommst du bitte in die Mitte? Ja, ich komm gerade. Ich bin schon. Oh, der wird sofort rein. Okay. 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 Jetzt kommen wir den nicht weg. Alter! Ja! Ich hab einen Kill gekriegt. Ah, das war's. Ooooooh! 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 Ja. Das war scheiße. Der Kassadin ist immer der Erste der Tod, ist leider. Hm. Fucke. Leider ist der Kassadin ziemlich schlicht. Aber er kauft wenigstens sich einen Sohn her. Naja. Ja. Ich muss meinen Blutduster mal jetzt aufladen. Machen die echt Drake. Tun sie aber, das werden die auch schnell genug schaffen. Schade. Ja. Ich dachte die machen mehr Damage. Hm. First light approaches. Haha. Fick jetzt hab ich. Komm mal bitte in die Mitte. Hm. Oh, der geht schon wieder drauf. Ohne Scheiß, der lässt sich immer kaputtpoken. Die dumme Nuss. Ohja. Der Kassadin? Nee. Der Trumble. Achja. Ich bin hier. Ich bin da. Scheiße. Scheiße. Ich hab mich da mit dem Klicken versaut. Das Team ist gleich lowlife. Du bist weg. Oh schon. Oh, 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 oh. Du wirst jetzt nicht echt reinrennen, oder? Mal mal gucken. Ich mit dem Team. Wir haben ja kein Wort drin. Cool. Zudan Redbach. Pass auf. Oh, da kommen welche. Wir sind halt alle da, ne? Ja, ja, ja. Hm. 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 Varus, Thornhill. Was geht da? Und Nidalee? Ja. Da ist wieder Lulu. Da ist er. Nein! Pass auf. Oh, 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 oh. Na sicher. Leider etwas viele. Voll schön. Nice one. Ist da ein Problem? Bei die. Ich könnte mir jetzt pushen. Vom Team her gefällt mir das aber, wie wir spielen. Also wir laufen halt sehr gut eigentlich zusammen rum. Oh Gott. Doch nicht. Hm. Was denn? Lass du dir gehen alle weg? So. Okay, dann gehe ich auch weg. Machen wir das doch mal, ne? Als wenn die Barren machen. Die sind alle plötzlich verschwunden, aber ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ich gehe mal gucken. Die machen doch Barren. Ne. Oh, scheiße. Ja. Wie soll der denn treffen? Das war. Ja. Ich wollte eigentlich eh mal. Ich spiele auch mit Smartcast? Ja. Was ist dat? Und Bottas Farm. Dann habe ich aus den Ulti gedrückt. Ja, ich gehe bot. Ach, Kogan. Da sind sie. Ich habe mich schon gefragt, wo die alle sind. Ja. Müsste eigentlich mal gerne, würde ich mal gerne Baron worden. Kann ich ja gerade nicht zu. Vielleicht da? Ja. Was haben wir denn für Stats? Okay. Wir dürfen nicht fighten. Warum können wir nicht fighten? Weil der Kasadin nicht da ist. Scheiße. Das habe ich nicht gesehen. Der hätte null Leben. Fuck. Eigentlich haben wir ganz gut die weggehalten. Katzix und... Vayne waren. Ach, Vayne sage ich schon. Varus war halt nicht da. Scheiße. Hm. Oh, da steht da noch einer. Ja. Ich will Bot Farmer haben. Ich will Bot Farmer haben. Leute, gehen nicht. Ich gehe auch mal Bot Lane. Hab ich gehört. Oh, ja. In der Tat. Den kriegste. Hoppen. Jawoll. Die Nächsten auch. Zack. Direkt weiter. Jawoll. Da kommt er drauf da. Komm, man. Quadra. Slow ihn doch. Nicht silencen. Nice. Nice, man. So, jetzt fehlt noch Katzix. Na dann Penta. Okay, was machen wir denn? Jetzt pushen wir jetzt hier die Mitte. Äh, Bot. Wir haben 20 Sekunden bis Nieder- und Varus leben. Peng. Ja dann, äh, tanke ich mal, ne? Immer weg. Sehr gut. Ja, ich geh back. Die anderen gehen aber. Was sollen sie machen? Naja, ich sage es nur. Ich sage es doch nur. Aber dann haben sie auch schnell geschafft. Okay. Kaufen wir ein bisschen Rüstungsgestreckung. Und ein bisschen. Na, da kauft der Maokai sich denn. Huhnbeuge. Das fand ich nett. Ja. Da fliegt der Hut. Ich höre es Tage von unserem Team. Ja, ohne Scheiß. Die kriegt richtig häufig auf den Sack. Er hat halt, hat halt auch null Leben. Immer noch mehr als Varus. Ich muss nicht fallen. Nicht gut. Was macht ihr denn da? Ich bin gerade eigentlich nur hier am rumlaufen. Na gut dann. Ich bin gerade am Warden. Ui. Die macht ihr mir gar keinen Schaden, was das angeht. Oh, da ist er noch. Varus war da. Nee. Zu live. Der Kasterding ist nicht da. Der Jace geht auch weg. Ich weiß nicht, wieso unser Team alle drei Minuten back gehen will. Keine Ahnung. Stehen die drauf. Ich könnte eigentlich auch fast wieder back gehen. Dann habe ich nämlich Bulwark fertig. Bulwark. Oh, der Damage. Boom. Okay. Schön. Wir haben hier gewordet. Sollen sie mal machen. So, sind alle da? Nein. Alle wollen weg. Okay. Ich habe jetzt meine Runen hier am Bollwerk fertig. Dann gehe ich jetzt auch nochmal weg. So. Bollwerk ist jetzt ja auch nicht so unwichtig. Ja, das stimmt wohl. Aber dann gehe ich auch nochmal weg was kaufen. Ah, ich gehe bot lane. Alter, der Varus hat ne übelsten Form. Ja. Aber er hat nicht so viele Kuss. Ja, dafür war der Varus nicht so auf dem Teamfight dabei. Ja. True, true. Ich habe 9, 2, 11 und er hat 5, 2, 7. Nein, oder wer? 5, 4. 7. I must not fall. Was macht der da? Ohne Scheiß. So ein Vollidiot, ne? Sind die alle da? Ne, ich bin nicht da. Ich war gerade bot lane farm. Habe ich auch eben in der Zeit gepinkt. Geht zum Tower, ich komme zum Tower. Super gemacht, Leute. Das verstehe ich nicht. Wieso man ein Teamfight startet, wenn nicht alle da sind. Ja, keine Ahnung. Der Jace meinte, er könnte halt alles plätten. Mit seinen 5, 8. Ja. Aber der geht doch grad schon tanky grad rein. Ich hoffe, die ganzen Randuin's. Dann sollte man ruhig tanky gehen. Stirb unterwegs nicht so schnell. Sondern wenigstens Tanks, die im Vordergrund stehen. Noch 500 Goldblas, wo das war. So, was wird das jetzt? Pink Ward. Was wird jetzt? Ich geh mir mal nach Swissbar. Der macht Baron. Ey, der macht doch nicht mehr als Baron. Der macht Baron. Die wissen das aber nicht. Der schief geht, haben wir verloren. Scheiße. Jetzt wissen sie es. Der Casting hat sich da weggebrochen. Er wartet auf den Teleport. Scheiße. Wenn die jetzt bei allen machen. Ja, fuck it, ey. Scheiße. Na. Ja. Ah, great. Not really. Ne, war keine dumme Idee. Jetzt sind wir ja noch 5 gegen 2. Das darf ich auf jeden Fall noch. Ja, ja. Ja. Viel Damage macht die nicht mehr. Komm weg da. Ich schaffst es aber auch jetzt gerade jeden zu fangen. Na. Ne, das sind meine 5 Minuten jetzt. Okay. Poke du mal. Ja. Ja. Jetzt ist es noch ein bisschen hart. Komm. Gibs Lobter da rein. Ich habe es am Ende überlebt. Aber du nicht. Ich lebe auch noch. Tatsächlich noch. Ja, okay. Wieso fokussst du immer? Ich habe Lulu. Äh, ich verstehe es nicht. So. Tja. Keine Ahnung. Das ist doch recht Twooly. Jetzt haben die Bärme. Und das müssen wir ja nicht gegenpushen. Ja, sollten wir wohl. Weil da jetzt 2 natürlich lieber den Farm unten holen werden. Hm. Und Jett geht allgemein lieber weg. Wir wollen neben. Oh Mann. Also im Teamfight sind wir glaube ich besser. Ja, eigentlich. Weil wir uns sicher da und zu splitten würden. Ja. Mein letzter Kill ist auch schon eine Weile her. Wir haben alles wie so viel Leben und alles. Hm. Last Item. Blade of the Ruined King. Auf jeden Fall. Der guckt dir den Kalis an. Selbst der hat schon 3.400 jetzt. Hm. Chosen of the Sun. Was tut er denn? Das ist doch wohl ein Scherz. Ja, geil. Boah, sah. Ja. Hip hip hurra. Boah, ohne Scheiß. So. Ja. Bin ich eh tot. Da geh ich noch nicht rein. Oh. Oh. Boah. Das war nee. Das ist doch echt kein Scheiß. I'm sick of this game. Wow. Achso, und deswegen verliebt man das mal lieber, oder was? Was? Get so much Quadra. Was, was, was? Komma, geil. Ich habe kein Spawn, habe ich hier ein Problem. Hm. Nein, ich krieg die Verschnellerung nicht mit. Wie unser T-Deep in um Base ist. Float, fuck you. Kill doch, wie du. Ja, wir müssen jetzt aber die Base verteidigen. Die müssen jetzt bei dem Maokai noch totkriegen, da. Scheiße, der verarscht die doch wie sonst was, ey. Und wer verteidigt? Machst du das? Nee. Niemand verteidigt. Ja, jetzt haben wir hier einen Tower und einen Minions. Ich kann das übernehmen gleich, das, äh, verteidigen. Geht da weg. Was klingt der denn jetzt? Ja, lieber mal zurückgehen. Dragon ist ab, aber das hilft uns wahrscheinlich jetzt auch nicht. Gerade nicht viel. Boah, ist jetzt schlecht, ey. Ah, Gott. Der Kassel hat sich hier aber ganz gut entwickelt. Also eigentlich sind alle positiv. Wir müssen einfach... als wenn alle immer alleine rein rennen. Ja. Wir sind hier weit in der Mitte gewinnen. Könnten wir das eigentlich gewinnen. Oh, fuck. Damit habe ich jetzt... 60 Sekunden Cooldown. Warte, wir wollen das Deep-Bot-Land pushen. Ich wundere. Aber im Ende ist der mittlere Inhibitor wieder da. Dann lass mal hier schön. Ne, und so. Freunde der Nacht. Wo sei ich hier? Holt euch mal den ADC da raus. Ja, den ADC da raus. Jetzt kommt der Kassel. Ah, das schaffen wir easy. Nur den Kassel. Der Kassel ist gut. Nice. Ich bin gestorben. Hat sich gelohnt, ja? Oh Gott, oh Gott. Ja, okay, okay. Da kann ich es nicht machen. Ah. Ja. Der Kassel übernimmt das dann geh ich raus. Ja sicher, sicher. Wir müssen jetzt hier ein bisschen verteidigen. Oh, wir haben Teamfight gewonnen ohne Leona Holt. Ohne? Oder hattest du die? Ja, ich hab die drauf gehauen auf Nidalee und Kassel oder so. Dann war er nice. Dann schön. Da war der, der Varus war halt schon direkt tot, nachdem er einmal mein Schwertchen drauf hatte. Ich hab alles, was ich hatte, erstmal auf ihn, dann auf Kassel. Ah, schön. Wir haben zwei, die pushen. Hm. Hm. Noch vier Sekunden haben sie Zeit. Baron ist übrigens wieder da. Die sollten abhauen. Wenn die jetzt sterben, haben wir verloren. Tja. Renn, 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 renn. Stay at the Vanguard. Wie scheiße hab ich denn den Wort geplant, oder? Ich hatte ein bisschen Schiss vor den Gegnern. Egal, ob sie darauf sehen, dass die Baron machen und da kommen sie auch schon. Hi. Vielleicht sollten wir genau jetzt unser Team antanzen. Tja, und jetzt? Kann da ein Ulti drauf fahren, die ärgern. Nee, ich... Oh Gott. Da ist unser Team nämlich schon. Scheiße. Oh Gott. Ich will grad gern was wachen, aber... Ich geh weg, ne? Ich mach das. Ich... ich kann deffen, dann pusht ihr. Pusht! Das ist noch ein Maokai da. Ja, nicht deffen. Vor allem wird verdefft lieber. Ich musste deffen, hätte nur noch 50 HP. Tötet ihn. please mal runtergekommen. Pusht! Why was? Wir werden nicht finish'n können! Und dann finden wir schon leider. Jetzt wollen die Baron machen. Wie denn? Mauka Six regt sich auf über die. Wie sollen wir das denn jetzt bitte schaffen? Ganz im Ernst. Das schaffen wir. Niederli 20 Sekunden tot. Mauka hat Smite. Der ist auch noch 30 Sekunden weg. Okay. Ich wurde. Langes Game heute, yeah. Nice. Jetzt aber bitte back. Ich guck nämlich schon Cut Six an. Unser Splendor war nicht mehr da. Jawoll. Ich bin Full Build. Ich noch längst nicht, ey. Ja. Ist auch nicht schlimm. Warte mal. Ich könnte einen Orakel kaufen, nennst. Weil die haben echt viel gewordelt. Okay. So jetzt bitte nochmal ein Teamfight gewinnen und dann ist alles tutti. Mhm. Mhm. Wo sind die jetzt alle? Ne, wir warten beim Ballenball ab. Oh, die warten bis wir raus kommen. Mach gleich, komm bitte. Und der Trondel erstmal. Ja. Volle Karacho Wein. Klar. Kennst du doch. Soll ich drauf? Ja, mach. Ja. Ulti verkackt. Mein Ulti halt hart verkackt. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. 40 Sekunden Pooldown. Ja, da haben wir gewonnen jetzt. Jetzt hab ich doch ein Problem. Ach ja, Blade of the Civil War ist was Schönes. Oh, ich krieg Schaden. Minimal. Alter, fick dich. Du blöde Cut-Six-Mongo. Du bist tot. Bitte gewinnt das. Ach, ich dachte wir gehen mit dem Aufkommen. Nein. Na, alter Wer. Ja. Schön. Juhu. Ja, das war ein schönes Game. Ja, Late-Game. Jace, die waren ziemlich früh alle mit Full-Bild beschäftigt. Unser Team hat dann durch den Farmen in der Base einfach den Vorteil. Mhm. Das war schön. Sehr gut. Ja, erste Serie gewonnen. Die nächste Serie werdet ihr dann nächste Woche sehen. Vielleicht schaffe ich's ja dann schon endlich in Silber 3 aufzusteigen. Haut rein. Ciao.